Hi Leute, also hier, also ich hinten, guck ich kann es euch kurz zeigen, weil ich euch noch nicht so gut kenne und so, möchte ich halt nicht, dass ihr meinen Namen wisst und so, weil ich euch besser kenne, zeige ich euch mein Gesicht. Also hinten steht halt noch was drauf und die Kapsel habe ich schon geöffnet, also ich wollte die gerade öffnen, aber da war irgendwie nicht drin, weil ich schon gemacht habe. Aber nur eine Sache drin wartet, ich habe es, das war irgendwie drin, ja ich werde noch ein Foto in meiner Story posten, vielleicht findet ihr mich ja auf Insta, vielleicht habe ich auch kein Insta, wer weiß. Also das ist halt, hier sind halt so ein paar Sachen drauf, ne, und wir werden jetzt halt so eine Zeitkapsel erstellen, ich kann es euch ja, vielleicht könnt ihr einen Text so lesen, vielleicht hier so, ne. Ihr könnt hier kurz das Video stoppen, dann hier die Vorderseite und halt hier auch die Rückseite, ne. Part 2 kommt, wie ich die...